Zerbrechliche Dinge. Geschichten und Wunder von Neil Gaiman. Es lesen Christian Baumann, Oliver Rohrbeck, Martin Baltscheid, Nicole Engeln, Robert Frank, Sabina Godetz, Julian Horeisek, Matthias Lün, Thomas Balou-Martin, Anne Moll und Sebastian Walch. Eine Einführung. Es liest Christian Baumann. Ich glaube, ich würde mich lieber an ein Leben erinnern, das ich mit zerbrechlichen Dingen vergeudet habe, statt damit moralische Verpflichtungen zu meiden. Diese Worte kamen mir in einem Traum. Und nach dem Aufwachen schrieb ich sie auf, ohne zu wissen, was sie bedeuteten oder auf wen sie zutrafen. Vor etwa acht Jahren wollte ich die in diesem Buch vereinten Erzählungen und Fantasien eigentlich als Kurzgeschichtensammlung herausgeben. Sie sollte den Titel »Diese Leute sollten doch wissen, wer wir sind und merken, dass wir hier sind« tragen. Nach der Sprechblase eines Little Nemo Comics Trips aus einer Sonntagszeitung. Es gibt eine wunderschöne nachkolorierte Fassung der Seite in Art Spiegelmanns Buch »Im Schatten keiner Türme«. Jede Geschichte sollte ihren eigenen, zwielichtigen und zuverlässigen Erzähler haben, der uns seinen Lebensweg schildert, uns mitteilt, wer er ist und dass er in vergangenen Tagen ebenfalls hier war. Ein Dutzend Menschen, ein Dutzend Geschichten. Das war die Idee. Dann kam mir das Leben dazwischen und machte sie zunichte. Denn ich schrieb die Kurzgeschichten, die in dieser Ausgabe vereint sind und von denen jede ihre passende Erzählform erhielt. Manche beleuchten Lebensgeschichten aus der Ich-Perspektive. Andere hingegen tun das nicht. Eine Geschichte weigerte sich, Gestalt anzunehmen, bis ich beschloss, die Monate des Jahres zum Erzähler zu küren. Andere wiederum nahmen kleine, effiziente Eingriffe an der Identität des Erzählers vor, sodass ich sie schließlich in der dritten Person verfassen musste. Am Ende vereinte ich das Material für die vorliegende Ausgabe und rätselte darüber, wie ich das Werk nennen sollte. Nun, da der ursprüngliche Titel nicht mehr passend erschien. Zu diesem Zeitpunkt kam die CD As Smart As We Are von One Ring Zero heraus, auf der die Band die Zeilen singt, die ich aus meinem Traum mitgebracht hatte. Und ich fragte mich, was ich wohl mit zerbrechlichen Dingen gemeint hatte. Und dann kam es mir wie ein toller Titel für ein Buch mit Kurzgeschichten vor. Immerhin gibt es so viele zerbrechliche Dinge. Menschen zerbrechen nur allzu leicht. Und das gilt auch für Träume und Herzen. Eine Studie in Smaragdgrün Diese Erzählung schrieb ich für die Anthologie Schatten über Baker Street, die mein Freund Michael Reeves mit John Pallon herausgab. Michaels Anweisung lautete, Ich will eine Geschichte, in der Sherlock Holmes in die Welt von H.P. Lovecraft eintaucht. Ich willigte zwar ein, ein Abenteuer beizusteuern, hegte jedoch den Verdacht, dass das Setting wenig verheißungsvoll war. Immerhin ist die Welt von Sherlock Holmes höchst rational und ergötzt sich am Lösen von Rätseln, wohingegen Lovecrafts literarische Schöpfung das gänzlich Irrationale in den Vordergrund rückt. Eine Welt, in der Geheimnisse zwingend nötig sind, damit die Menschheit nicht den Verstand verliert. Wenn ich eine Geschichte schreiben wollte, die diese beiden Elemente vereint, musste ich einen spannenden Ansatz finden, der sowohl Lovecraft als auch Sir Arthur Conan Doyle gerecht würde. Als Junge begeisterten mich die Walt-Newton-Geschichten von Philip José Farmer, in denen er Dutzende verschiedene Romanfiguren in eine stimmige Welt setzt. Mit großem Vergnügen beobachtete ich, wie meine Freunde Kim Newman und Alan Moore ihre eigenen Welten in der Tradition von Walt Newton schufen. Der eine in den Enno-Dracula-Romanen, der andere mit seiner Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Es sah aus, als würde es Spaß machen. Ich fragte mich, ob ich mich an so etwas versuchen sollte. Als ich die ersten Zeilen schrieb, hatte ich die Zutaten der Geschichte im Hinterkopf bereits auf eine Weise kombiniert, die mir besser gefiel als zunächst erhofft. Ein Buch zu schreiben lässt sich in vielerlei Hinsicht mit Backen vergleichen. Manchmal geht der Kuchen nicht auf, ganz gleich, was du tust. Und ab und zu ist er viel köstlicher als in deinen kühnsten Träumen. Eine Studie in Smaragdgrün gewann im August 2004 den Hugo Award in der Kategorie Beste Kurzgeschichte, worauf ich bis heute sehr stolz bin. Zudem spielte die Geschichte eine tragende Rolle dabei, dass ich mich im Jahr darauf auf geheimnisvolle Weise in der Literaturgesellschaft der Baker Street Irregulars wiederfand. Eine Studie in Smaragdgrün Frisch von ihrer fantastischen Europatournee zurückgekehrt, wo selbst sie verschiedentlich vor den gekrönten Häuptern Europas auftraten und für ihre glänzenden dramatischen Darbietungen, in denen sie Komödie und Tragödie miteinander verschmolzen, mit überschwänglichem Beifall bedacht wurden, möchten die Strand-Players kundtun, dass sie im April für eine begrenzte Spielzeit im Königlichen Hoftheater in der Drury Lane auftreten werden, um Tom, mein Bruder und Doppelgänger, der klitzekleinste Feichenverkäufer und die großen alten Kommen zu geben. Letzteres ein historisches Epos voll ergötzlichem Prunk, jedes ein ganzes Stück in einem Akt. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich. Es liegt an der Unermesslichkeit, glaube ich. An der gewaltigen Größe dessen, was tief unter uns liegt. Der Düsterkeit der Träume. Aber ich schweife ab. Verzeihen Sie, in literarischen Dingen bin ich nicht sehr bewandert. Ich hielt nach einem Quartier Ausschau. So habe ich ihn kennengelernt. Ich suchte jemanden, der sich die Kosten einer Wohnung mit mir teilt. Vorgestellt wurden wir einander von einem gemeinsamen Bekannten, und zwar in den chemischen Laboratorien von St. Bartholomew. Wie ich sehe, waren Sie in Afghanistan, sagte er zu mir, und mir klappte die Kinnlade herunter und ich riss die Augen auf. Erstaunlich, sagte ich. Eigentlich nicht, sagte der Fremde in dem weißen Laborkittel, mit dem ich mich alsbald anfreunden sollte. Die Art, wie sie den Arm halten, verrät mir, dass sie verwundet wurden, und zwar auf eine ganz spezifische Weise. Sie sind braungebrannt. Ihre Haltung ist die eines Soldaten. Es gibt nur wenige Gegenden im Empire, wo ein Soldat braun werden und ziehen wir die Natur ihrer Verletzung und die Traditionen der afghanischen Höhlenbewohner in Betracht, gefoltert werden kann. So formuliert war es natürlich geradezu lächerlich einfach, aber andererseits war es das dann auch schon vorher. Ich war so tiefbraun wie eine Haselnuss, und ich war tatsächlich, wie er festgestellt hatte, gefoltert worden. Die Götter und Menschen Afghanistans waren unzivilisierte Wilde, die keinerlei Neigung verspürten, sich von Whitehall, Berlin oder gar Moskau aus regieren zu lassen, und sie waren nicht im Entferntesten bereit, Vernunft anzunehmen. Ich war dem x-ten Regiment zugeteilt und in die Berge geschickt worden. Solange wir auf Wiesen und Weiden fochten, waren wir dem Feind noch gewachsen gewesen. Als die Scharmützel jedoch in den Tiefen der finsteren Höhlen fortgesetzt wurden, verloren wir alsbald den Boden unter den Füßen. Nie werde ich die spiegelglatte Oberfläche des unterirdischen Sees vergessen und das Ding, das aus seinen Tiefen auftauchte, wie es die Augen öffnete und schloss, und das sirrende Flüstern, das jede seiner Bewegungen begleitete, wie das Summen von Fliegen, die größer waren als die Welt. Das ich überlebt habe, war ein Wunder, aber ich habe überlebt und bin nach England zurückgekehrt, wenn auch einem Nervenzusammenbruch nahe. Die Stelle, an der sich das ekelhafte Maul festgesaugt hatte, war für immer gezeichnet. Eine froschweiße Tätowierung auf der Haut meiner inzwischen verkrüppelten Schulter. Früher war ich ein teuflisch guter Schütze gewesen. Jetzt war mir nichts mehr geblieben außer einer Angst vor der Welt unter der Welt, die fast schon an Panik grenzte und mich, auch wenn meine Pension nicht eben üppig war, veranlasste, lieber ein Sixpence-Stück für eine Droschke auszugeben, als für einen Penny die Untergrundbahn zu nehmen. Immerhin, der Nebel und die Finsternis Londons spendeten mir Trost, gaben mir eine Heimat. Mein erstes Quartier hatte ich verloren, weil ich im Schlaf oft schrie. Ich war in Afghanistan gewesen. Jetzt war ich nicht mehr dort. Ich schreie nachts, erklärte ich ihm. Ich habe mir sagen lassen, dass ich schnarche. Mein Tagesablauf ist sehr unregelmäßig und ich missbrauche den Kaminsims hin und wieder als Zielscheibe. Ich werde den Salon benötigen, um Mandanten zu empfangen. Ich bin selbstsüchtig, verschlossen und langweile mich schnell. Ist das ein Problem? Ich lächelte, schüttelte den Kopf und reichte ihm die Hand. Die Sache war besiegelt. Die Räumlichkeiten, die er für uns in der Baker Street gefunden hatte, waren für zwei Junggesellen mehr als auskömmlich. Eingedenk dessen, was mein Freund über seine Verschlossenheit gesagt hatte, verzichtete ich darauf, ihn zu fragen, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Allerdings gab es da vieles, was meine Neugier erregte. Er empfing zu jeder Tages- und Nachtzeit Besucher, wobei ich mich jedes Mal in mein Schlafzimmer zurückzog und darüber nachsann, was sie wohl zu meinem Freund führen mochte. Die blasse Frau mit dem einen sämig-weißen Auge, der kleine Mann, der wie ein Handlungsreisender aussah, der beleibte Dandy in seiner Samtjacke und all die anderen. Einige kamen öfter, viele jedoch nur einmal, sprachen mit ihm und gingen wieder, sichtlich bekümmert oder zufrieden. Er war mir ein Rätsel. Unsere Hauswirtin pflegte uns, ein hervorragendes Frühstück zu richten, und ein solches nahmen wir gerade zu uns, als mein Freund die Glocke läutete, um die gute alte Dame herbeizurufen. »Es wird sich uns noch ein Herr zugesellen, und zwar in ungefähr vier Minuten«, sagte er. »Bitte decken Sie noch einen weiteren Platz am Tisch.« »Sehr gerne«, erwiderte sie. »Ich werde noch ein paar Würste auf den Grill legen.« Mein Freund wandte sich wieder der Morgenzeitung zu, während ich mit wachsender Ungeduld auf eine Erklärung wartete. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. »Das verstehe ich nicht. Woher wissen Sie, dass wir in vier Minuten Besuch erhalten werden? Es ist kein Telegramm eingetroffen oder irgendeine Nachricht anderer Art.« Er schenkte mir die Andeutung eines Lächelns. »Haben Sie nicht vor wenigen Minuten das Klappern eines Einspenners gehört?« Er ist langsamer geworden, als er an unserem Haus vorbeifuhr. Offenbar hat der Fahrer unsere Tür gesucht. Dann ist er wieder schneller geworden und vorbeigefahren. Die Marlebone Road hinauf. Am Bahnhof und vor dem Wachsfigurenkabinett drängen sich die Kutschen, und dahin wird sich jeder begeben, der aussteigen möchte, ohne dabei gesehen zu werden. Zu Fuß sind es von dort nur vier Minuten. Er blickte auf seine Taschenuhr und in dem Moment hörte ich draußen die Treppe knarren. »Kommen Sie herein, Lestrade!«, rief er. »Die Tür ist offen und Ihre Würstchen sind gleich fertig!« Ein Mann, der Lestrade sein musste, öffnete die Tür und schloss sie wieder behutsam hinter sich. »Eigentlich sollte ich dankend ablehnen,« ließ er sich vernehmen. »Aber ehrlich gesagt hatte ich heute Morgen noch nicht die Gelegenheit zu frühstücken und es wäre mir gewiss ein Vergnügen, einigen dieser Würstchen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.« Er entpuppte sich als ein kleiner Mann, dem ich schon des Öfteren begegnet war. Er wirkte wie ein Handelsreisender, der neuartige Gummimwaren- oder Quacksalbermedizin feilbot. Mein Freund wartete, bis unsere Hauswirtin hinausgegangen war, bevor er sagte, »Ich nehme an, dass es sich um eine Angelegenheit von nationaler Tragweite handelt.« »Meiner treu!«, erwiderte Lestrade und wurde blass. »Das kann sich doch nicht schon herumgesprochen haben. Bitte sagen Sie mir, dass dem nicht so ist!« Er begann, seinen Teller mit Würstchen, Bücklingsfilet, Reis mit hartgekochten Eiern und Toast zu beladen, wobei seine Hände allerdings ein wenig zitterten. »Natürlich nicht«, sagte mein Freund. »Aber nach all der Zeit ist mir das Quietschen ihrer Kutschräder nur zu vertraut, ein unreines Giss über dem Hohen Zeh.« »Und wenn Inspektor Lestrade von Scotland Yard nicht öffentlich dabei gesehen werden will, wie er den Salon des einzigen beratenden Detektivs von London betritt und trotzdem kommt, sogar ohne gefrühstückt zu haben, dann weiß ich, dass es sich nicht um einen Routinefall handelt. Die Sache hat folglich mit Personen von Stand zu tun und ist eine Angelegenheit von nationaler Tragweite.« Untertitelung des ZDF, 2020